Hi, ich bin der Alex. Ich bin seit sechs Jahren mit dem Unternehmen und ich kümmere mich darum, dass die Rohstoffe unter anderem zu Werk 2 gelangen und wieder zurück ins Logistikzentrum, sodass das Endprodukt für den Kunden verschickt werden kann. Besonders viel Spaß bereitet mir, dass ich das Private, dieses Faible, was ich für große Fahrzeuge irgendwie in mir trage, entsprechend auch in den Job umändern konnte, sodass ich jetzt hier auch Fahrzeuge bewege, die größer als ein Pkw sind und da habe ich echt Freude dran.